Ja, wenn vorher geht es ja durchs Tafler und den anderen, verzehnt es dir weg, denn du immer schießt, Martin. Und der hat er aus. In der Fall kann man heutzutage, der schon zum Kunden kommt, kriegst du den Aufragung, den Kälte der Rundung. Kriegst du den Aufragung, den Elben.